Willkommen zurück zu Mega Man 3! Okay, ich bin aus dem Takt. Unser letzter... Unsere letzten beiden Gegner aus Mega Man 2. Und ich hab vergessen, wer es war. Ich glaub, Bubble Man kommt noch. Und keine Ahnung, Mega Man. Okay, wir sind wieder im Weltraum. Diesmal spinnen im Weltraum. Oh Gott. Was gibt's noch? Hei im Weltraum? Oh Gott, ich sag mal. Von hinten gibt's kein Kind in der Welt, also. Pats. Pats. Ein. Auf. Spinner, flieg ab. Um. Au. Zack, um. Oh je. Noch mehr spinnen. Danke für die Energie. Au. Au. Zack. Boom. Also die Spinnen, die mit Absicht ins Jenseits laufen, die find ich am besten. Ja, gleich nochmal. Energie. Und. Und. Oh, da hinten ist was. Leben. Äh. Rushjet. Nein. Blöder Köter. Warst du langsam? Oder war ich zu langsam? Egal. Sind beide schuld, so. Und wieder die kleinen Spermien. Süße kleine Spermien. Schnellen. Aber wenigstens haben wir das Leben gepflicht. Slide. Und Gleiter runter. Okay. Einfach. Danke. Hoch und zack. Und wir sind da. Natürlich noch ein Safe State setzen. Zack. Und. Nadeln. Und. Oh nein. Den hasse ich. Ja. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Okay. Jey. Oh man. Und Energie. Und Garnish. Wie viel Leben habe ich? Zwei. Super. Rush Kali. Komm ich eigentlich immer auf Kali. Egal. Hopps. Und Spinne. Und. weiter. Ah. Das kennen wir ja noch. Ähm. Ich probier's mal. War klar, dass es nischt wird. Egal. Jetzt machen wir's aber richtig. Und eins. Und zwei. Und wir fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Eigentlich wirklich. Aber. Der Vergleich ist gut. Hops. Hops. Und slide. Hops. Und slide. Hehehe, einfach mal so ausgedrückst. Spinnen! Ich mag keine Spinnen. Ich mag immer noch keine Spinnen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr keine Spinnen mehr seid. Hopps! Und... Ich meine, man kann auch keine Spinnen. Spinnen sind ja unsympathisch. Oh nein. Okay, war einfach. Hier ist gar nichts. Okay. Jetzt fehlt ja bestimmt nur noch einer. Ich denke, dass es der ist. Ich bin nicht gerade mal gut. Tut man! Äh, Jiminy. Ja, jetzt kommt Bubble Man. Was ist das gut gegen Blasen? Okay, das ist jetzt die billigste Nummer der ganzen Welt. Spark. Na. Oh, das war so billig. Jetzt haben wir alle Gegner besiegt. Aber nein, da kommt noch einer. Oh mein Gott. Breakman. Den kennen wir doch irgendwoher. Aber wer das nochmal war. Im nächsten Part. Bis dann. Euer Ronissimo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.